ja noch zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zur empire und genau liebe freunde wir waren ja beim letzten mal hier in der drittletzten mission angekommen und wir sind tatsächlich auf dem gott was das denn hier auf dem sprung ins weltraum zeitalter und das da oben dass da jetzt gerade was könnt ihr bitte könnt ihr auf die hubschrauber schießen ihr könnt auf wie gesagt heute wir sind auf dem sprung ins weltraum zeitalter beziehungsweise wir sind schon im weltraum zeitalter haben schon beim letzten mal eine mars kolonie errichtet und lasst doch mal meine bürger in ruhe und wir müssen jetzt tatsächlich 10.000 ressourcen an unsere mars kolonie schicken und genau was ich jetzt beim letzten mal noch gemacht habe ist einfach das heißt sie machen ja gar keinen schaden hier ja wobei doch das geht doch gut ich habe diesen bug tatsächlich gefixt dass wir hier nichts handeln konnten guckt euch das an jetzt können wir hier handeln und das können wir hier unserer mars kolonie auch schön die ressourcen vorbeibringen ganz genau liebe freunde und ja ich habe das einfach jetzt so gemacht ich habe verbündeten brauchen ihre hilfe sie bitten um rohstoffe zur unterstützung in ihrem krieg gegen die westeuropäische allianz okay was für was für unterstützung braucht ihr denn unterstützen sie japan durch ein spend von 1000 einheiten rohmaterial ja dann japan gucken wir doch mal ob das so funktioniert ressourcen wurden unsere verbünden geschickt das war unbedingt erforderlich um einen angriff zu verhindern der unsere grenzen bedroht hätte seht ihr das und jetzt klappt auch endlich das das macht kein stress wir kriegen wir schon hier so wie gesagt ich habe das jetzt so gemacht ihr nervt aber auch mit euren einheiten hier ohne ein funktionierendes weltraum doch okay guck mal hier weltraum doch können wir das denn jetzt auf wartet mal komm mal bitte hier hin wir haben ja unsere einheiten hier hinten sieht doch stark danach aus als wäre das die grenze zum weltraum hier und hier stand mal ein weltraum doch scheinbar okay freunde es geht also weiter ja was ich im prinzip gemacht habe ist einfach ich habe diese neo patch habe ich installiert zu denen gibt es kostenlos im internet und den habe ich mir jetzt einfach runtergeladen und installiert und dann jetzt sollte dieses spiel tatsächlich auch multiplayer fähig sein das ist ja mal wieder eine ganz coole sache die auch du scheiße wir eine ganz coole sache hier multiplayer tatsächlich und genau auch jetzt his key für dich zur info wir wollten zusammen mal etwa elf zocken ich glaube ich habe es jetzt soweit hingekriegt dass dieses spiel auch auf multiplayer basis funktionieren kann und ja da freue ich mich schon drauf tatsächlich so jetzt müssen wir erst mal hier wieder gucken genau macht ihr ja noch die ganze panzer einfach platt hier bumm hier stand auch was im weg ganz genau liebe freunde und ja das heißt wir müssen jetzt eigentlich nur ressourcen sammeln jede bingel 10.000 um genau zu sein das heißt wir brauchen noch einiges das sieht schon geil aus ja jetzt kommen wir ein bisschen so star wars mäßig hier und wir könnten einen roboter bauen halt wieder nicht meine lieblings dinger die aris die können wir wieder nicht bauen aber gut können wir denn türme bauen können wir können nur flugabwehr bauen ja okay das heißt dann eigentlich müssen wir noch mehr rohmaterial hier uns besorgen so und ach du scheiße eklig 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 die artillerie hier ist echt widerlich teilweise aber ich möchte jetzt gerade mal gucken wo kommen die denn immer her sagt war wo kommt denn immer her gut dann würde ich einfach mal wartet mal wartet weil ich bin gerade so excited dass diese dieses handeln endlich funktioniert so wo kommen die die einheiten eigentlich immer her ich würde sagen wir schicken aber unserer mars kolonie schon mal sieben und alles was wir haben hier oder er denkt schon und weg damit kann man nicht hier was abbrechen geht nicht so dann haben wir 2000 4000 knapp 4000 ok über 4000 einheiten ressourcen ok an unsere mars kolonie geschickt dann macht diese panzer zuerst weg so wunderbar hier dann gucken wir mal weiter ob sie hier vielleicht irgendwo ein stützpunkt haben nur die auge gottes rebellen mit denen haben wir ja auch schon ordentlich zu kämpfen oh ja schaut oh ja schaut euch das an oh gott ok rückzug rückzug das ist mir ein bisschen zu viel das ist mir ein bisschen zu viel so jetzt wieder angreifen ja so ach du scheiße hat der viele panzer um gottes willen ja wir haben zum glück die stärkeren panzer die stärkeren panzer hier so und weg machen alle weg machen ja nur wachposten sollten der quatsch so gut aber hier haben wir die einheit feindliche raumfahrzeuge schlagen über unsere welt kommt eine geosynchrone umlaufbahn ein okay das heißt wir müssen hier flack bauen aber wir haben keine ressourcen vom skywasher kommt genau gott sei dank und wie viel schaden machen die denn was sind das wort für leute raumjäger okay also reparieren reparieren und kaputt machen oh gott sei dank so alles klar wir brauchen hier also nur skywatcher das heißt den kram können wir zurückziehen okay ja wobei ich weiß nicht ob wir hier nur skywatcher brauchen aber wir brauchen halt mehr ressourcen von alle das ist gerade irgendwie ein bisschen stressig aber haben wir keine goldmine doch da haben wir doch eine goldmine 43 panzer kommt mal hier hin und geschützt das ding 30 minuten um unseren kolonisten die ressourcen zu liefern jaha jetzt macht mal keinen stress hier ich bin für euch halt dass das nicht ausreicht mit den ressourcen aber müssen wir mal gucken auf jeden fall sind wir jetzt weiter ein stück und das ist schon echt gut muss ich muss man sagen also wir werden angegriffen auch nicht schon wieder hört doch mal auf mit eurer artillerie hier bewacht da schön weiter die stellung ihr haltet da schön die stellung das heißt wir sammeln ja gerade ressourcen und was schicken wir denen noch mal tausend holz runter okay so so über 5000 so aber das heißt auch warum kriegen wir kein eisen noch mal okay also das wird langsam knapp hier mit den panzern das wird langsam knapp hier muss ich sagen hier aber auch guck mal aber die haben nur wachpost was soll das denn naja okay freunde mir fällt doch etwas auf wenn wir irgendwie 100 nahrung schicken haben wir nur 600 übrig was so was ja mars kolonie 100 nahrungsmittel alles klar freunde schwieriger als gedacht muss ich sagen also wir werden angegriffen ja okay die kriegt ja aber noch weg oder jetzt kommen hier wieder welche über dem weltraum doc eine geo okay bitte auf den einen hier fokussieren erst mal oh gott meine schön skywatcher jetzt hört doch mal auf raumjäger die sind ja krass genau sehr schön alles klar das ding bitte unbeschädigt lassen sehr cool alles klar dann haben wir das ja kriegen nur irgendwie kein eisen rein das merke ich gerade nach da unten wieder auch keine rufschrauber habe ich jetzt überhaupt nichts gegen habe ich jetzt gerade wirklich überhaupt nichts überhaupt nichts gegen verdammt ich brauche einen jäger ne kampfschrauber wir haben keine jagdflugzeuge warum das denn nicht gut dann das heißt ihr drei ihr macht gerade nichts baut hier unten mal bitte eine flack auf so dann zieht ihr mal ein bisschen die hubschrauber im kreis rum artillerien jede menge und ihr baut bitte auch noch eine flack auf ihr sagt wirklich schnell genau wir haben ja eine krankenhaus warum nutzen wir das denn nicht sachbar gut okay alles klar dann ich liebe diese musik werden wir jetzt schon wieder ach du scheiße okay okay ihr müsst bitte hier abhauen bleibt mal hier stopp bleibt mal hier eine geosynchrone umlaufbahn das hört sich höchst interessant an so weltraum doch alles klar macht bitte dieser raubjäger kaputt europäische allianz und ihr repariert bitte nach warum trefft ihr denn nicht oder müssen wir es jetzt hat sich neu laden gleich wo zieht die viel ab hallo schießt ihr mal darauf okay freunde das wird aber verdammt knapp merke ich gerade das wird verdammt eng hier so auf die scheiß artillerie hier auch und hier die genau und hier genau und hier haben so alles klar krankenhaus sichern und nahrungsmittel oh gott das ist schwer das ist grad echt schwer muss ich sagen so holz das kostet mehr ne das kostet mehr ja so gut freunde weil einheiten bauen ist hier sinnlos hat sie denke ich mal wir brauchen noch 4000 ressourcen einheiten bauen ist hier tatsächlich sinnlos denke ich so wartet man dann sehe ich mal von hier die panzer zurück tatsächlich weil die brauchen wir hier bei unserer basis und ihr macht einfach gar nichts noch 15 minuten um unseren kolonisten die ressourcen zu liefern nur noch eine viertelstunde ach du scheiße das ist das da alles fährst du mal zurück ja lass dich kaputt machen dann lassen die uns in ruhe genau ja oder geschützt mal hier bitte wartet mal nur noch eine viertelstunde wir kriegen aber so wenig ressourcen gerade rein ist das überhaupt schaffbar macht man eine siedlung bitte dahin ist das überhaupt schaffbar so viele ressourcen innerhalb von einer spielstunde ich weiß nicht ob das möglich ist ich meine doch es muss ja möglich sein aber naja es ist schon schwieriger auf jeden fall da macht die alle kaputt auge gottes hier von wegen also ein quatsch okay es kann dann tatsächlich sein dass wir diese mission noch mal neu starten müssen feindliche luftraum schiffe da sind sie wieder okay der bürger müsste mal weg da okay und hier die reichweite ist ein bisschen arg wenig gerade das könnte jetzt sogar also wenn die das jetzt hier kaputt machen sollten dann müsste ich den spielstand tatsächlich noch mal laden ja tatsächlich wollte tatsächlich naja obwohl es ist nicht zwingend dass wir zehn minuten wie seid ihr denn drauf das kriegen wir doch nicht hin das kriegen wir nie im leben hin freunde nach verdammt da müssen wir es noch mal laden tatsächlich verdammt ja freunde ihr seht es da wenn ich das spiel lade kommt immer diese diese sequenz das hängt jetzt mit dem neuen patch zusammen den ich hier mit denen ich mir hier installiert hatte wir brauchen jetzt einfach mehr mehr ressourcen im prinzip also eigentlich mehr ressourcen von allem mach mal bitte hier eine neue siedlung hin wir brauchen einfach nur mehr ressourcen wir werden angegriffen so da werden wir wieder angegriffen von hubschraubern okay du machst mal bitte hier eine flack hin nach der eine flack hin die macht dann die ganzen dinger da kaputt jetzt hochschrauber los geht schneller fertig so flack alles klar und beim und beim naja lass die mal großartig einheiten werde ich hier dich bauen aua macht ihr alle marsch so wir brauchen einfach massig bürger glücklich wir brauchen massig bürger und ich würde das jetzt auch folgendermaßen machen da die ja immer hier mit den raumschiffen angekommen ankommen werde ich das dock erst später bauen das ist eine gute sache denke ich genau ihr seid fertig das ist sehr gut unsere verbündeten brauchen unsere hilfe sie bitten uns um truppen zur unterstützung beim kampf gegen die westeuropäische allianz truppeneinheiten sollen sich im ablegebereich des hafens melden warum brauchen sie denn jetzt truppen ja gut dann dann steht okay seit wann brauchen die truppen das ist ja jetzt interessant na gut dann nehme ich mal die zehn oder ein paar mehr noch mal ein paar mehr hochschrauber ihr nervt so eine spende von zehn soldaten ja das kriegen wir doch hin ufer ablege plattform ok krass das ist richtig hightech jetzt geworden das spiel so das heißt ihr hier ja ich weiß es freunde ich weiß es aber ich würde lieber erst mal ja sicher spielen so japan da hast du deine truppen okay das heißt wir können die ressourcen sich noch weiter sparen und genau freunde dann hoffe ich dass euch das nach wie vor gefällt hier das empire let's play wie war hier tatsächlich weiter wir werden an den realweltraum besiedelt so so freude das heißt aber auch dass wir die beiden hier wieder hier zu schicken können und naja ähm ihr könnt bitte hier vorne eine siedlung beim gold aufbauen wenn es denn geht ja es geht sehr gut wir brauchen einfach viele bürger ne um die ressourcen zu sammeln ja und das ist machbar finde ich also dass diese mission ist äh besser machbar als die andere die wir da hatten so genau hier mit euren laserwaffen richtig cool oder richtig cool so alles klar dann haben wir hier vorne nahrungsmittel wo werden wir wieder angegriffen da unten ach du scheiße oh Gott fahr da raus nicht nicht die artillerie die artillerie hier ist zu OP oh Gott Leute so jetzt hier und kaputt machen den Scheiß so so weg machen puh so das heißt wir haben jetzt gerade tatsächlich wieder 5000 äh ressourcen wir müssen aber allerdings ja äh mehr als 10.000 sammeln das ist ja der das ist ja das krasse so und der hier der kann dann zum holz gehen ähm weil das ist ja irgendwie teurer hallo ach ihr könnt euch nicht mehr bewegen ja toll dann kein plan so wo jetzt wieder artillerie so sehr gut oh Gott raus da so einfach kann man hier ausweichen so einfach kann man hier ausweichen so Freunde dann hoffe ich, dass wir das diesmal schaffen na hiermit und äh ja wie gesagt dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht äh ich bin hier nach wie vor an diesem sonntag abend dran und ähm ja ich hoffe, dass wir jetzt hier zumindest die 10.000 ressourcen zusammenkriegen 10.000 sind ja auch ist auch ganz schön happig sage ich mal 10.000 sind ganz schön happig zieht bitte die panzer hier runter aua artillerie schweine schon wieder so weg damit so Freunde kämpft euch hier den weg frei genau da sind nämlich die manniken genau sehr cool wo ist warum denn jetzt da oben oh ne nicht die Hubschrauber hier mit euren Hubschrauber oh die ziehen aber wenig ab das heißt wir müssen hier eine Flak aufbauen oh Gott oh Gott und nochmal Artillerie ja gut ähm komm das schafft ihr aber komm das schaffst du das schafft ihr ja Gott sei Dank Freunde alles klar das heißt wir müssen hier einmal eine Flak aufbauen so eine Flak was ist denn hier schon wieder hier wird auch kack Artillerie so wir werden angegriffen wo denn jetzt schon wieder ja hier ok dann bitte die Flak zu Ende bauen so sehr gut lässt du meine Bürger in Ruhe ach du Scheiße das sind sehr viele grad au um Gottes Willen au ja mach mir nur alles kaputt hier Pedder äh wartet mal haben wir hier noch irgendwas diese Hubschrauber gehen wir so auf den Senkel ganz ehrlich Freude wir werden angegriffen wir werden angegriffen ich will hier keine Ressourcen verschwenden ja danke für dich verdammte Axt so haben wir es bald mal hier unten auch noch mehr Panzer toll ja ist ja gut aber wir haben es doch gleich also glaube ich so ähm die Panzer brauchen wir bei der Basis ja mach mir nur alle meine Bürger jetzt kaputt ne das sind die Besten ey so aber die Skywatcher brauchen wir hier unten keine schlechte Idee so gut und dann würde ich gerne den Panzern hier so und dann hier nochmal wieder neu aufbauen ach Gott Freunde das ist so nervig äh das heißt wieder ein paar Ressourcen weg das ist aber auch blöd dass wir hier noch einen Krieg zu führen haben ne das ist aber auch echt jetzt so eine Verarsche dass wir hier noch einen Krieg führen müssen wie soll man das denn hinkriegen sagt man so jetzt mach die Scheiße hier weg Mann so vor allem die Artillerie so mein Gott so haben wir es bald haben wir es bald ja sehr gut ey so das heißt ihr drei oder ihr fünf ja ihr fünf bitte hier neu aufbauen so und dann zum Gold genau genau und dann hier zum Gold und der eine Bürger kann dann da eine Flak aufbauen ich finde das echt dumm dass man hier noch einen Krieg führen muss gegen die blöden Rebellen aber gut ist halt ist halt scheinbar so ähm naja ich komme hier langsam so ein bisschen vor wie bei Warzone 2100 kennt ihr dieses Spiel das ist richtig das ist ein richtig geiles Strategiespiel Freund das wird auch als Folgeprojekt kommen und äh da ist auch alles so äh steinig aber gut liebe Freunde in Anbetracht dessen dass die Folge schon wieder voll ist würde ich einfach mal sagen wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten äh würde ich mich sehr freuen erzählst gerne weiter den Kanal und wenn ihr Bock habt mal ein bisschen privat zu quatschen oder so in der Videobeschreibung finde ich den Link zu meinem Discord selber und ähm ja dann würde ich sagen wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag ach ach tschu tschu